So, nächste Folge. Auch wenn komme ich hier eigentlich. Tja, das wird jetzt echt heftig. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Ja, denn Zivilisten kann ich es auf keinen Fall retten. Das können wir ja schon mal direkt vergessen. Tja, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Die empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Sehr schön. Das will ich immer gleich am Anfang wählen. Okay. Ich logge hier mal raus, wenn ich will, ich will das dann einfach umpratzen. Das war's. Ich schreibe mir jetzt mal Schreiter auf, damit ihr kein gutes Ziel liefert für eine Granate. Wo wir mal hier hinten hin? Aha. Da kommt natürlich die nächsten drei, sehr gut. Unprovoziert angelaufen. Aber jetzt kriegen wir noch hier extra Movement, das ist ja nicht schön. Ganz überlegen. Das zieht sich schon mal ein, sehr gut. Vielleicht kriegt ihr einfach auch damit Leckung kaputt. Irgendein Plasma-Waffen. Schon mal nicht. Hier die sieben aus robusten Blütenbülleimer gewährt hier sicherlich genug Deckung für das Feindliche. Ach na toll, jetzt habe ich noch den hier bewegt. Das zieht sich immer mehr Sinn. Der schrifft mir hier noch nicht. Hm? Hm. 55. Oh, sehr schön, ein Umgegriff. Das fände ich immer gern. Das fände ich immer hier hin. Puh. Also, Roboter steht ja nicht schlecht. Ich habe schon zwei Schüsse gedotscht. Jetzt wird er natürlich getroffen. Und zerstört. Ne, noch mal verfehlt. Okay. So. Einer hingerichtet. Du fährst dich mal nebenan ein Schaufenster. Wobei, es werden natürlich die nächsten acht aufgeweckt. Schieß dir immer mal schön in die Fresse. Natürlich verfehlst du. Alter Schwede. Du siehst ja keinen. Ist klar. Schuss hat nicht gesessen. Na, sehr gut. Hab ich ein Glück. Jetzt kommt schnell der Terodiskus raus. Mensch, so viel Schwein muss man erst mal haben. Ach du, gehst du einfach mal in Deckung, ey. Schon schlimm genug. Ach, Mann, Mann, Mann. Jetzt gut. Ja, es ist futsch. Gut. Aufklappen. Okay. Ich muss mich ja jetzt zurückziehen. Das macht sonst keinen Sinn. Ah, warte mal. Du siehst einen im gelben Bereich. Ja, dann schießt du doch noch mal auf den. Ist okay. Sehr schön. Wir sehen uns in der Hölle. Wir sehen uns in der Hölle. Und du musst Katzen machen. Vielleicht kommt dein Glück gerne raus. Ist ja nicht schön. Ah, schon fast down. Jo, und tschüss. Wir halten jetzt wieder wie viel? Drei immerhin. Okay. Warte mal. Ganz natürlich nicht einfach mal mit dem Enderhaken. Da hoch schwingen. Nachladen. So, du spurtest mal weg. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ich muss hier rausziehen. Wenn ich hier von oben in das Fnave beschießen kann. Das ist jetzt so mein Plan. Ähm, warte mal. Du siehst einen gelb. Du bist eh nur noch 15. Gut. Panzerweste. Verteil noch mal ein bisschen Fisch. Das ist okay. Ich fahr jetzt noch mal zurück. Gleich geht mein Plan ja auf. Ja, ja, geh ruhig in den Suchmodus. Ah, nee, jetzt geht's immer in der Todeschreibmodus. Hab ich jetzt Zeit noch, wegzulaufen? Boah, der kontinuierliche Heal ist halt schon echt dreckig. Jo, ich hab noch Zeit, wegzulaufen. Und zwar... Haben wir ein kleines Mal kaputt, ne? Der nicht, der andere dafür schon. So. Elegant daneben. Und du... Oh, der ist schön. Boah, neuer Treffer. Und du? Fehlt Posten. Du bleibst in meinem Feldpasten. Du... ... rennst hier rüber. Letzten nach. Du. Letzten nach. Du, letzten nach. Allgemein nachladen. Ach lol, noch einer einfach. Alles klar. Erst, der schon nicht schlimm genug war. Okay, jetzt war die erste Heal-Drohne. Okay. Und, 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 und. Feldpasten, Feldpasten. Ah. Daneben. Ob jetzt drauf ist ein Sniper. Sniper? Sniper? Daneben. Jawoll. Hast du auch nicht noch einen Höhenvorteil? Alter, ey. Gut, die Rekruten, klar, dass die nichts treffen, aber... ist trotzdem ärgerlich. Gut, der ist tot. Wir haben mich flankiert. Du hast doch gerade maximal bewegt. Das finde ich geil. 100% alter Schädel. Jetzt gibt's, jetzt gibt's Gekessel. Schießt du alle erstmal? Doch, klar, du hier. Sehr geil. Sehr geil. So, und du gehst jetzt hier ganz bequem mal ein Stück nach vorne. Schießt die über den Haufen. Du. Du. Nimmst den nächsten Feldpasten ein. Die ist jetzt weg. Gut, der stirbt jetzt, ja. Du Rant. Alter, du kannst jetzt nicht mehr schießen. Erzähl mir nichts. Barfuss oder Lackschu, Digga? Diskus oder Du? Ja, Mann, Du. Ja, jetzt raten wir mal, wer zurück ist. Jetzt vercampe ich mich hier. Ah. Ja. Bis zum nächsten Mal.